auf geht das war habe ich noch gestern noch erstellt okay als kleines oster special er hat das osterei ich habe zwei so los geht's kriegt sich trotzdem kleine roller lide da kommt das wieder um die ecke ach so gibt das ich wollte ja nicht okay das ist das auch nicht schlecht verstehe du läufst mir nicht weg du kannst du wirklich richtig rennen das habe ich so eingestellt damit es nicht zu einfach so denjenigen damit es nur da kennt ihr auf dem dach der sack weil ich auch hier gespawnt und gerade deswegen kämpfe ich auch hier die ganze zeit ja du kannst du das spielfeld eigentlich eingegrenzt oder kannst du einfach ab ich mach mal ein bisschen hier so ganz oft ja ich mache jetzt mal kurz sein job und hau vom auto verdammt okay verdammt eigentlich hätte ich jetzt sagen könnte ich habe jetzt muss noch baby jagen ja gut baby hau ab tschüss viel spaß das osterei lag hier ich überholt wo wollen sie hin wo wollen sie hin wo wollen sie hin nein ich konnte nicht weg weil der schaust container da auf der ecke stand ich wollte durch die ecke abhauen aber bis zum dach gefallen ich fahre einfach drüber ja ich bin ich habe noch über mich gefahren ja ja ich bin ich habe noch über die gewählgerung ist dabei ist meins auf aua der gruppen abschießen oder was was also wie hat sie das jetzt einfach hier oben schnitzen zu bleiben und zu warten bis sie hier hochkommt da musst du doch gar nicht auch lange gekommen hier ist da unten noch ok hallo baby hallo baby ok ach da ist ja lang ok aber bis ein paar punkte mal gemacht erstmal ok das muss ich mal noch verändern hier da komme ich nicht hoch ok 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 Ja wohl, er ist alles weg. Nein, er hat's... Was war da unten? Wow. Nein! Aua! Aua! Oben, gib mal da runter. Das ging jetzt am schnellsten. Oh, Alter, langsam belaust. Hey! Moin! Ja, Moin! Ist das eigentlich assig, wenn man jetzt hier kämmt die ganze Zeit irgendwo? Hör auf damit! Ein wenig! Du bist jetzt nicht von der anderen Seite! Ja, ich hab schon gemerkt in dem Moment. Ich hab's da nur klatschen gemerkt, gehört. Ne, das waren ihre Lippen. Das war was anderes, ja. Ja, haha. Jetztバイ. F нас strah. Was ist das? Du musst dir echt aufpassen. Du musst dir echt aufpassen. Was hat der noch? Ich hab dich trotzdem noch erwischt. Ich hab dich noch erwischt. Die Granate ist für mich hochgegangen, wo du vorbei bist. Nee, es kommt gerade der Stopp-Bildschirm. Du musst zweiter, als ich gerade Yvonne überfahren wollte. Ja. Ja gut, ich hab aber auch ein bisschen Asi gespielt, was ich sage. Ich hab zwei, drei Mal an den Punkten gekämmt. Ich hab gewartet. Ist auch gut geworden, finde ich. Ja, das hättest du ein paar mehr Spieler machen. Aber die Idee war, ist gut. Ja gut, das Dach ist so ein bisschen overpowered, muss man einfach mal sagen. Was da oben ist. Wenn du da halt hoch gehst, kannst du eigentlich viele Punkte machen. Ja, vielleicht das Ganze nochmal an ein paar anderen Stellen, die ein bisschen eben... Nee, aber wie gesagt, ansonsten kann man das durchaus machen. Das kannst du auch zu Weihnachten stellen, dann spätst du halt mit Geschenken oder was auch immer. Das kriegst du halt schon irgendwo gut hin, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.